Zerstört das Ziel Willkommen zu einem neuen Let's Play Call of Duty Black Ops Search and Destroy spiele ich heute mal auf Hangar 18, eine der neuen Maps des neuen Map-Packs, wer hätte das gedacht Ja, das kam am letzten Donnerstag raus Ja, und vier neue Maps, eine neue Zombie-Map, wie immer 15 Euro Nur muss ich sagen, dass mir das neue Map-Pack sehr, sehr gut gefällt Mir gefällt Hangar 18 mit, am besten sogar von den Maps Finde ich ziemlich geil, die Map Ich finde aber auch Silo geil und Dryphon ist so Naja, so ein Mittelding Also es geht so Aber sie ist nicht so der Mega-Buller Und Hazard ist auch noch ganz cool Was ich aber besonders cool finde am neuen Map-Pack Hier ist die neue Zombie-Map, Shangri-La Die ist derbe cool Ähm, die geht übelst ab Habe ich schon ein paar Mal gespielt, das macht echt Bock auf der zu spielen Vor allen Dingen, weil sie so Fallen eingebaut hat und alles sowas Das ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen Macht echt Spaß, darauf zu spielen Und hier sehen wir den Messer-Kill Zum 1 zu 0 für uns Suchen und zerstören Mann, ich will die Bombe, du Pisser Ja, ich weiß selber nicht, warum ich Search and Destroy spiele Aber da habe ich auch schon mal einen Kill gemacht Oh, da sollte ich nicht so offensichtlich hinlaufen Wow, da ist ein Sniper irgendwo Nein, ach gut, hab ihn Yes, sehr gute Runde 2 Kills gemacht, 2-0 So steht es auch im gesamten Spielstand für uns Wir dominieren dieses Match bis jetzt 4 Leute waren von uns noch aktiv Das ist schon ganz schön viel Suchen und zerstören Schnell natürlich, die Bombe nicht mehr Wir haben die Bombe Vielleicht klappt es ja mal Ich glaube es aber nicht Oh, scheiße, was war das? Ein Samtex Ah, da oben ist einer Oh, da hinten kommt einer Ah, fuck Zu spät gesehen Naja, er hat zu langsam reagiert, würde ich sagen Da kann ich auch nicht so schnell zurückgehen Ärgerlich Kann man nichts machen, ne? Gut, dann gucken wir hier mal Dem CAC 98 zu Oh, diese Runde scheinen wir Deutlich zu verlieren Bei den Gegnern sind noch alle aktiv Das macht er da Oh, er messert ihn Ganz schön Risiko da eingegangen Ich glaube, hinter ihm kommt einer Die Krabbe hoch Ja, das hat er gemerkt Hat er ihn bekommen durch die Creme? Und nein, hat er nicht Da steht er Und auch ihn messert er Sehr schön gemacht 5 zu 0 bis jetzt Den kriegt er auch noch Boah, wenn er die hier platt macht Das wäre unglaublich Zwei sind noch aktiv Oh Oh, den kriegt er auch noch Jetzt 1 gegen 1 Sehr, sehr spannend hier Ziemlich gut, muss ich sagen Das ist ja 7 zu 0 Meine Fresse Ja, hält auch schon nach der Bombe Aber die sind doch etwas zu weit weg Vor allem auf dem offenen Feld Will er wahrscheinlich auch nichts riskieren Ah, er läuft jetzt doch raus Aber läuft nicht zur Bombe Und Er hat ihn Unglaublich 5 Leute waren am Gegnerteam noch am Leben Und er hat sie alle geholt Respekt Auch weil er Glück gehabt hat, dass der schon angefragt war Trotzdem, Respekt Und das war nicht schlecht Seitenwechsel Er steht 3 zu 0 Wahrscheinlich gewinnen wir jetzt schon Suchen und Zerstören Natürlich auch unglaublich Zeige ich die Ziele Ja, mal gucken, ob wir das schaffen Ja, mal gucken, ob wir das schaffen Ja, jetzt hat er schon eine Cobra, der Typ Vermündete Vorräte sind unterwegs Oh, da ist einer gestorben von uns Woah, hier kommen Schüsse 3 sind noch aktiv Von uns 4 damit ist es natürlich sehr gut um es jetzt schon destroy kids zu machen da muss ich natürlich auch erstmal hinkriegen da ist einer ah den habe ich einer lebt noch die frage ist wo könnte er sein ah da kämpft er und ich habe ihn 4 zu 1 meine stats 4 0 wir haben deutlich gewonnen nochmal mein letzter kill das war noch eine relativ gute runde search and destroy 4 zu 1 ist doch nicht schlecht aber es war sehr kurz von daher hänge ich jetzt noch eine team-deathmatch-runde hinten dran ja was für ein zufall deja vu könnte man schon sagen schon wieder hängerei team team-deathmatch durch zufall ist diese map gekommen ich habe auch bock auf ihr zu spielen denn sie ist ziemlich geil muss ich sagen gefällt mir bis jetzt am besten von der pack mal gucken was ich so reißen kann man hat niemandemann schönes nach dem ehemal die ich muss das man ah nein 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 der fliegt viel zu weit bei er dem das ist nein den der der die Mann, oh. Ah, da oben war einer im Fenster. Boah, zieht die nach oben. Was kann? Dann halt nicht. Kann man hier drauf? Oh, das wird blöd. Scheiß Clay-Moi. Mann, ey. Immer von da hinten. Das ist doch scheiße, ey. Ja, ey. Knäht der denn wieder ab? Hier war noch ein Ghost-Typ lang gelaufen. Mann, das gibt es doch gar nicht. Immer von hinten. Ich nehme immer den falschen Weg. Wenn ich jetzt hier lang laufe, werde ich bestimmt von der anderen Seite von hinten abgeknallt. Unglaublicherweise nicht. So, ich habe hier. Mann. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Boah. Achtung! Feindliche Fernlink-Ladung. Ich hätte gedacht, der schießt mich da weg mit seinem Scheiß-Saggistern. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört, aber ich wusste nicht, dass der da draußen liegt. Achtung! Feindliche Unzwei. Oh, scheiße. Alter. Das kann ja. Kann ja. Das kann ja. Boah, nein, da war es gekauft. Das Gute ist, ich nehme eine AK-47. Ich habe meine Tests-Waffe nicht geregelt. 4 zu 7, ey. Schon wieder bärmig. Das ist sehr stark geworfen, dieses Sim-Pax hier. Mann, Mann, Mann. Ich habe mir eine Vanille vor die Tür. Ich habe mir eine Waffe nicht geregelt. Ich habe mir eine Waffe nicht geregelt. Sehr schön. Poing. Headshot. Ich habe mir den. Ja, ich habe mir den. Hahaha, sage ich doch. Ich hole mir den. Nein! Ja, Sim-Pax noch. Käthe. Ja, Sam-Pax noch, Käthe. Bracko-Pin! Bracko-Pin! Ich wusste, von irgendwoher kam einer, aber ich war mir nicht sicher, dass das von drin war. Auch den habe ich gehört, ey, Mann. Das ist schon ziemlich ärgerlich, wenn man die Gegner hört und dann trotzdem gekriegt wird. Scheiße. Ich bin einfach nicht. Achtung! Feindliche Fernlenkladung gesichtet. Ah, ja. Ich finde, das ist lustig. Achtung! Feindliche um zwei! So, jetzt werde ich die da um auf den Turm aber mal versuchen abzukommen. Nein, ich hoffe, ich kriege es hin. Ich bezweifle es, aber ich versuche es. Ja, dann steht da mit Sniper. Stärken kann ich auch. Ach, den habe ich doch voll getroffen, Mann. Jetzt kacke ich wieder übelst ab, hier. Achtung! Feindliche Vorräte! Ich weiß gar nicht, dass ich scheiße jetzt solle. Ich treffe den nicht. Das ist doch... Da war ich dann ultra-vorsichtig, weil ich nichts riskieren wollte. Die Vorräte wollte ich mehr. Sind wir nachher einsatzbereit? Yeah! Achtung! Feindliche um zwei! Jetzt bin ich cool, Alter, mit meinem Witwen-Macher hier. Kommt nur her, ey. Ich verpasse es auch. Mann, warum finde ich jetzt keinen hier mit meinem Witwen-Macher? Ja. Verbündet ihr Witwen nachher im Einsatzgebiet. Ach, den hab ich doch getroffen, ey. Das hat nie wieder passieren, Genossen. Und so geht mal wieder eine sehr schlechte Runde zu Ende. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen hoch. Wir werden uns dann beim nächsten Mal, wie immer, reingehauen.